Musik Herzlich Willkommen liebe Leute zu Battlefield 1 Herzlich Willkommen liebe Leute hier im Weltkrieg Shooter Der demnächst im Oktober, nein halt, im September erscheinen wird Ich spiele mit euch zusammen die Open Beta Ich zeige euch ein wenig vom Spiel, ich weiß noch nicht wie viele Episoden ich davon rausbringen werde Aber es werden es mal ein paar sein, ich möchte euch ein bisschen erklären was man hier alles so machen kann Was es so für Operatoren gibt Und ja ich fange jetzt einfach mal ein bisschen hier rum zu laufen Weil wie man gerade sieht es sind wirklich sehr sehr wenige Spiele auf dem Server Ich zeige euch das mal kurz Also es können bis zu 64 Spiele auf diesem Server sein Und ich zeige euch auch mal ein bisschen so die Fahrzeuge, die ganzen Luftfahrzeuge Darum sieht man schon mal einen Bomber Wow ein sichtig geiles Ding Hier fliegt er einfach mal ganz tief rüber Man kann ihn auch richtig schön abschießen Dann kriegt man auch Punkte wie in Battlefield 4 Also das ist so ähnlich Ja und die Spielphysik ist so ähnlich wie Star Wars Battlefront Es hat sich auch ein bisschen geändert Aber es ist immerhin ein Weltkriegsshooter Ein Shooter den man sich wirklich schon sehr sehr oft gewünscht hat in Battlefield Also es gab ja bisher eigentlich immer bloß moderne Kriege Ich sag mal die Amerikaner gegen Russland Aber hier ist es so Hier spielt die United Kingdom Gegen zum Beispiel die Türkei Also gegen die Türkei Also es ist ein bisschen anders gesetzt Dieses Spiel Aber es macht wirklich Ich verspreche euch das Und das ist eine Beta Es macht wirklich eine sehr sehr große Menge Spaß Dieses Spiel zu spielen Die Atmosphäre ist einfach nur bombastisch Und wie ihr es hier gerade seht Ich bin auf einem Pferd Ihr glaubt es kaum Es ist ein Pferd integriert In Battlefield 1 Und man kann auch mit seiner Waffe irgendwie hin und her schießen Wenn er zum Beispiel so ein Gegner hier lang rennt Man kann auch noch Was kann man noch in die Hand nehmen Es ist eine neue Waffe dazu gekommen Ein Schwert Ich weiß nicht was das sein soll Aber man kann ja mit Leuten gehen Wenn man jetzt so richtig anfängt zu reiten Kann man denen einfach mal den Kopf abschlagen zum Beispiel Aber es ist ja in Deutschland so Dass dieses Spiel jetzt nicht 100% an Katte rauskommt Weil ja Weil das halt nicht geht Ich weiß nicht warum das so ist Aber ich glaube diese Gewalt wäre dann zu krass Das gibt es halt dann auch bloß In Amerika So da kommt schon mal ein Pferd auf mich zu Okay ich steige jetzt am besten ab Und hole mir diesen Kämpfer Okay ich hab ihn glaube ich erwischt Ja wow Dann bin ich auch schon Private Stufe 2 Also ich bin im zweiten Level in der Open Beta Ich hab dieses Spiel mal ein bisschen schon mal angespielt Zum Anfang Dass ich euch ein bisschen was erklären kann Wie das alles so ist Man muss sich erstmal ein bisschen rein Fokussieren dieses Spiel Es ist nicht leicht zu anfangen Und gerade wenn alles auf Englisch ist Ich bin jetzt nicht so der Englisch Pro Der einfach mal so sagt Englisch ist meine zweite Hauptsprache Ne so ist es bei mir leider nicht Also ich spreche eigentlich Deutsch Ja ein bisschen anders als andere Leute Also man merkt schon dass ich Aus dem Osten komme Sag ich einfach mal so Und Ja genau Ich stehe hier gerade auf ein Gebäude Ich Weiß jetzt nicht Leute es tut mir wirklich sehr leid Wie diese Map heißt Es ist eine Stauwüste Eine Wüste Ich weiß den Namen leider nicht Das ist mir wirklich sehr sehr peinlich Ich hab diese Map eigentlich schon öfters gehört Vielleicht Kann ich euch das Euch noch sagen Also gleich Wenn ich diesen Gegner gekillt habe Oder vielleicht wenn ich gekillt werde Also wenn ich sterbe Vielleicht kann ich euch das Ja nochmal zeigen Oder sagen Wie diese Map heißt Mensch da drüben werden immer mehr Gegner Oh oh Jetzt muss ich mal ein bisschen in Deckung gehen Na okay Ich glaub das war Eine Russin 895 Max Ist das Ja es ist ein Scharfschütze Ja Okay Sehe ich das jetzt hier irgendwie Auf welcher Map ich bin Nein ich Ach doch Sinai Desert Kongress Natürlich Eroberung Mein Lieblingsmodus in Battlefield Vielleicht auch in Battlefield 1 So ich zeige euch jetzt einfach mal Die ganzen Operatoren Hier seht ihr Den Assault Oder anders bekannt in Battlefield 4 Also ich halte das mal so mit Battlefield 4 Battlefield 1 sozusagen von Operatoren her Das ist der Pionier Mit dem kann man Panzer vernichten Oder etwas schwer gepanzerte Fahrzeuge Mit einer Anti-Tank-Granade Also eine Anti-Panzer-Granate Es gibt eine Medic Also ein Mediziner Ein Supporter Ein Versorger Der natürlich Medipex und so weiter hat Natürlich hat ja der Medic Eine Spritze Also Medipex auch Ja und ein Scout Also ein Sniper Ein Scharfschütze Der ein Präsidionsgewehr mit sich führt Aber mein Lieblingscharakter Ist jetzt eigentlich hier in Battlefield 1 Battlefield 1 Der Aushalt Also der Pionier Weil es ist ja auch Kongress Also Eine große Map In dem Fahrzeuge fahren Es fahren schwer gepanzerte Oder leicht gepanzerte Fahrzeuge Wie zum Beispiel dieser Panzer Aber seid mir bitte jetzt nicht böse Wenn ich diesen Namen jetzt nicht auf Anhieb weiß Denn ich habe dieses Spiel jetzt Na ich weiß nicht wie lange Circa 20 Minuten gespielt Angezockt Ich kann jetzt leider noch nicht so viel sagen dazu Ach vielleicht kommt das alles noch Aber ich denke mal Das wird auch so sein Dass ich da nämlich erstmal reinfuchsen muss In dieses Spiel Und dann kann ich euch natürlich auch mehr erzählen Ja wie man das vielleicht unten sieht Auch rechts steht Skip Revive Also man kann jetzt selber mal so entscheiden Ob man jetzt Hilfe ruft Eine andere Medic Oder man sofort wieder in das Spiel hineinjoint Das finde ich eine gute Idee Und das läuft alles auch viel flüssiger Also für eine Obbeta ist das wirklich sehr sehr gut Es läuft alles auch wirklich sehr gut Aber mit den Granaten Das ist irgendwie sehr sehr komisch Jetzt jage ich mich noch selber in die Luft Ja wow ich hebe ab Ich habe mich selber außer Gefecht gesetzt Das tut mir jetzt wirklich sehr sehr leid Ich wollte diese Granate eigentlich auf diesen Vor mir gelegenen Gegner werfen Es hat aber leider nicht so funktioniert Wie ich das wollte Und von daher bin ich dann gestorben Ist jetzt nicht so schön Aber ich mache es noch mal besser Ich steige jetzt erstmal in so ein neues Fahrzeug ein Was ich auch wirklich sehr sehr lustig finde Gerade diese Sicht hier Von innen ist wirklich sehr sehr gut animiert Es ist einfach nur richtig awesome great Man denkt man ist wirklich in echt Auf dieses Schlachtfeld Es macht einfach nur mega laut mit Fahrzeugen zu fahren hier Aber es ist alles ein bisschen langsamer Ist ja keine Frage Weil Weltkrieg und so Also früher war das alles ein bisschen langsamer Ja Leute Das war so Also Oh das Gegner Den hole ich mir gleich mal Früher war alles ein bisschen langsamer als heute Keine Frage Und da hatte man halt bloß So eine Ich sag mal Alten Karren Mit dem man über das Feld Über das Feld Oder Schlachtfeld Über das Ballyfield gerast ist Oder man hatte früher natürlich auch Pferde Wie ich das eben schon mal gezeigt habe Was kann ich denn noch so im Ballyfield jetzt eigentlich so darüber erzählen Man kann erzählen Man kann mehr zerstören Das ist wirklich so Also das hat ja auch EA angekündigt Dass man mehr Sachen zerstören kann Und ich hab das schon mal ausgiebig getestet Vielleicht mach ich das im nächsten Video nochmal Wenn ich das alles so schaffe wie ich das möchte Ähm Man kann wirklich sehr sehr wow Sehr sehr viele Sachen vernichten Auch wirklich komplette Häuser Klein zerhacken So wie man das einfach mal will Also da kann man wirklich schon ein Sprengmeister sein Ja Einfach mal ein paar Häuser wegklucken Dann bleibt da bloß noch ein paar Ziege übrig Ist schon mal eine coole Sache Weil es ist Macht einfach nur mega Viel mehr Bock eigentlich Dieses Spiel weiter zu spielen Also Es ist jetzt nicht ein Spiel Das ich jetzt sagen kann Das spiele ich morgen nicht mehr Also so ist es natürlich nicht für mich Ich bin ein sehr sehr großer Ballyfield Spieler Und auch Liebhaber Und von daher ist das so Dass ich Ballyfield eigentlich nur positiv bewerten kann Im Gegensatz zu Call of Duty ist das jetzt nicht so Weil ich bin natürlich so der Codespieler Ich bin eigentlich bloß der Taktikspieler Oder der halt drauf los rusht In Ballyfield 1 ist das alles ein bisschen schneller Als in Ballyfield 4 Weil Man halt Größere Maps hier hat Aber das liegt jetzt glaube ich daran Dass es die Beta ist Und man nur eine Map spielen kann Also man kann zwei Spielmodi spielen Zum einen den Eroberungsmodus Und zum anderen den Rushmodus Den werde ich in der nächsten Folge dann Mal ausgiebig testen Und euch das alles so erklären Was man da so machen kann Und wie das alles so geht Aber Ich habe hier noch gerade einen Gegner gesehen Und Scout auch noch Okay das war gerade ein Giftgas Ein Satz von den Gegnern Also das ist auch neu in Battlefield 1 Dass man Giftgas hat Mit dem man Leute eliminieren kann Denn hat man extra auch Ich glaube das ist sogar der Pionier Er hat eine extra Gasmaske Damit man nicht irgendwie Schaden nimmt Von den Giftgas Das ist wirklich sehr sehr gut gemacht Und ich hoffe dieses Spiel Wenn es offiziell erscheinen wird Dass es auch So bleibt Wie das jetzt in der Beta ist Also natürlich wird sich auch Eine Menge noch ändern Davon gehe ich aus Ja und Dann Sind wir bestimmt Oder jedenfalls ich Sehr sehr Positiv überrascht Von diesem Spiel Und ich werde das natürlich auch Sehr ausgiebig dann Let's playen Wenn dieses Spiel erscheint Und ja Das soll es erstmal gewesen sein Für den ersten Einblick Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Oder vielleicht auch gelangweilt Ich wünsche euch noch einen angenehmen Und einen schönen Tag Haut da rein Bis zum nächsten Mal Ciao